Herzlich willkommen zum zweiten Video-Tutorial in meiner Hindenburg-Starter-Reihe. Mein Name ist Lukas Görlach. Ich bin freier Radiojournalist und Podcaster, arbeite jetzt seit über einem Jahr täglich mit Hindenburg. Und in dieser Video-Tutorial-Reihe möchte ich zeigen, warum ich finde, dass Hindenburg ein sehr gutes Schnittprogramm ist und warum ich damit arbeite. Im vergangenen Video habe ich so eine kleine Einführung in Hindenburg gegeben, das könnt ihr euch gerne anschauen. In diesem Video soll es um die Programmoberfläche von Hindenburg und um die Ersteinrichtung nach der Installation gehen. Und da sind wir auch schon in der Programmoberfläche von Hindenburg. Die sieht unter Windows und Mac gleich aus, funktioniert auch gleich, nur dass eben die Windows-NutzerInnen unter euch jetzt nicht diese Leiste hier haben, sondern die Einstellungen sind dann, glaube ich, hier drunter. Aber die Funktion ist gleich, sogar die Shortcuts sind gleich, nur eben das Command und Steuerung vertauscht sind. Aber das ist eigentlich kein Problem. Warum? Kommen wir auch gleich noch drauf, weil die braucht man im Prinzip bei Hindenburg gar nicht. Die Programme funktionieren genau gleich, das habe ich ausprobiert. Und nochmal kurz der Hinweis, ich arbeite hier mit Journalist Pro von Hindenburg. Ich werde immer sagen, wo die Unterschiede zwischen Journalist und Journalist Pro sind. Bei den ersten drei Tutorials, zu denen das hier gehört, ist es aber überhaupt kein Problem, mit der Journalist zu arbeiten. Also egal, welche Version von Hindenburg ihr habt, ihr kommt klar. Noch ein kurzer Hinweis, es gibt auf Hindenburg.com eine sehr tolle Übersicht über jegliche Shortcuts. Ich würde euch empfehlen, statt hier immer zu klicken, mit den Shortcuts zu arbeiten, da sage ich gleich noch mehr dazu. Ihr findet diese hier unter Support auf Hindenburg.com und müsst auf Manuals gehen. Und, äh, nee, nicht Manuals, sondern Shortcuts, genau. So einfach. Da habt ihr eine Übersicht über alle Shortcuts, die es gibt. Das sieht jetzt erstmal wahnsinnig viel aus, ist aber eigentlich gar nicht so viel, weil im Alltag braucht man davon gar nicht so viele. Und man kann auch bei Guides gucken, da hat man nochmal richtig schön, teilweise mit Video sogar daneben, wie es funktioniert. Kann hier zwischen Windows und Mac hin und her switchen. Also da macht es einem die Herstellerfirma sehr, sehr einfach. Das finde ich wirklich toll. Da kann man sich die Grundfunktion nochmal anschauen. In diesem Tutorial soll es, wie gesagt, eher um den Workflow gehen, den ich euch zeigen will. Und damit steigen wir auch gleich mal ein. Ersteinrichtung in Hindenburg. Ihr habt Hindenburg installiert und müsstet jetzt eigentlich genau diese Oberfläche sehen. Für mein Workflow müssen wir allerdings noch ein paar Ersteinstellungen treffen. Hier auf Hindenburg, ich glaube bei Windows müsste es Datei sein, habt ihr die erste Grundeinstellung. Es gibt zwei verschiedene, das ist die erste. So. Da habt ihr erstmal ein Wiedergabe- und ein Aufnahmegerät, das ihr auswählen könnt. Bei mir ist das jetzt mein Interface, Scarlett. Ich habe hier aber auch die Lautsprecher von dem Mac Mini nehmen. Ich könnte jetzt auch einen von den beiden Monitoren, die ich verwende, anwenden. Ich könnte aber auch, ein USB-Audio-Codec ist so ein Hub, den ich hier angeschlossen habe. Da müsst ihr einfach schauen, dass ihr eben euer richtiges Aufnahmegerät, Aufnahme-Wiedergabe oder Aufnahmegerät auswählt, das ihr wollt. Je nachdem, das unterscheidet sich aber auch nicht von anderen DAWs. Beim Aufnahmemodus habe ich jetzt auch immer Auto eingestellt, das kann man dann auswählen. Da komme ich dann aber in dem jeweiligen Video-Tutorial noch genauer dazu. Was ihr jetzt nicht sehen dürftet in der Journalist-Version ist die Standardauflösung. Die kann man da nämlich nicht aussuchen. Die Journalist nimmt nämlich immer in 16-Bit auf. Das ist ein bisschen niedriger aufgelöst, ist aber eigentlich überhaupt nicht schlimm für das, was wir jetzt hier machen. Für alle, die die Pro haben, empfehle ich natürlich, wenn euer Audio-Gerät das unterstützt, die 24-Bit-Aufnahme. Die Standard-Sample-Rate mache ich ganz radiotechnisch auf 48 Kilohertz. Es gibt auch 44-1, das werdet ihr im Normalfall auch nicht hören, aber 44-1 hat sich so im Musikbereich durchgesetzt, 48 im Radio- und Wortbereich. Deswegen 24-Bit, 48 Kilohertz. Bei Interface bleibt eigentlich alles, wie es ist. Das ist gut eingestellt. Was ich eine besonders tolle Funktion finde, ist die einfachen Hotkeys aktivieren. Das heißt, man braucht bei den Shortcuts nicht mehr Command und die Taste drücken oder Steuerung und die Taste für Windows, um einen Befehl auszuführen, sondern es reicht, einfach nur die Taste zu drücken. Das ist super easy, super cool. Es gibt nicht so viele Befehle, deswegen funktioniert das. Man braucht nicht zwei Tasten drücken für den Shortcut, sondern einen. Deswegen würde ich euch noch mehr ans Herz legen. Bei Erweiterung müssen wir etwas ändern. Bei Erweitert. Diesen Senderprofil dürftet ihr bei der Journalist-Version nicht sehen, ist aber auch für uns egal. Der EU-Modus für uns reicht vollkommen aus. Was wir jetzt sofort das Hickchen rausnehmen, das ist nämlich in den Standardeinstellungen drin, ist nach Import oder Aufnahme Pegel automatisch anpassen. Das ist die Auto-Pegel-Version von Hindenburg. Da passt quasi die Lautstärke gleich an. Das hasse ich wie die Pest, weil dann steuert euch das zwar das aus, aber das passt nicht immer und deswegen nehmt es raus und macht es händisch. Das ist mein Workflow. Wie gesagt, ihr könnt das gerne drin lassen. Macht wie ihr mögt, aber für mein Workflow, ich mache das gerne per Hand. Ja, das ist auch schon die erste Aufnahme gewesen. Wir haben auf OK geklickt. Eine zweite Einstellung für die Session jetzt gibt es bei Mac hier Datei und zwar auf Eigenschaften. Da könnt ihr jetzt ein paar Projekteigenschaften einstellen. Das mache ich eigentlich so gut wie nie. Das ist dann nur für Podcasts interessant, aber da komme ich dann auch erst beim Podcast dazu. Das können wir gerne mal übergehen. Hier findet ihr eure Spureinstellungen. Ihr seht also unsere Spuren, Sprache, Interview, Atmosphäre, Musik. Sprache, Interview, Atmosphäre, Musik. Hier kann ich dann Spuren hinzufügen, wegnehmen und ich kann sie verwalten. Also ich kann zum Beispiel sagen, Sprache soll jetzt runter und soll die 2 werden. Ich dann auf OK gehe, zack, sind die Spuren getauscht. Das müssen wir jetzt noch nicht machen. Ist aber ganz sinnvoll zu wissen, wo diese Einstellung ist. Ich tausche das mal wieder zurück. Buff. Man kann auch da noch anders Spuren hinzufügen, das zeige ich gleich noch. Aber dieses Tauschen funktioniert eben hier. Ist ein schöner Überblick über die Spuren. Die Zwischenablage ist ähnlich. Das ist nämlich dieses hier. Da kann ich die Gruppen durchtauschen, kann Gruppen hinzufügen, kann Gruppen löschen. Kann Gruppen auch umbenennen mit einem Doppelklick. A, B, C. Wofür das gut ist, zeige ich auch später noch. Und bei Standard kann man sich all das, was man jetzt eingestellt hat. Ich finde das für Radio ganz sinnvoll, dass hier Sprache, Interview, Atmosphäre und Musik ist, weil die meisten Radiobeiträge sind so aufgebaut, aber Podcasts sind eigentlich nicht so aufgebaut. Dort kann man sich eben die Standardsession einrichten. Also zum Beispiel, wenn ich einen Podcast mache, den ich mit Anna zusammen aufzeichne, dann nenne ich eben meine erste Spur Lukas und meine zweite Spur Anna oder umgekehrt. Und mehr Spuren brauche ich nicht. Dann kann ich das mir einmal so einrichten und kann es als neues Standardprojekt sichern. Dann klicke ich hier auf sichern. Hier kann ich übrigens auch Hindenburg auf diese Werkseinstellung zurücksetzen. Soviel zu den Grundausrüstungen von Hindenburg. Eine Sache fehlt noch, nämlich bei Fenstern kann ich, bei Ansicht kann ich mir die Ansicht noch ein bisschen anpassen. Das ist jetzt die Standardansicht. Ich finde es ganz sinnvoll, das Kapitelpanel hier mit eins, nee, das Kapitelpanel war genau das falsche, das ist für Podcasts gedacht. Das kann man wegklicken. Das Markerpanel, das ist auch so ein kleines Panel, da werden mir dann meine Audio-Marker angezeigt, die ich im Projekt mit, in meinem Projekt setzen kann. Hier zum Beispiel, da hat man dann eine gute Übersicht, wofür die gut sind. Da soll es aber in einem anderen Tutorial drum gehen, weil es sind nicht unbedingt die Standardbefehle, um die es da geht. Und deswegen nur ganz kurz der Info halber, aber ich finde das Markerpanel zu haben, ist ganz sinnvoll, weil es mir da auch dann In- und Out-Marker, um wie es dann gleich noch geht, anzeigen lassen kann. Also Markerpanel aktivieren und mein Favoritenpanel aktiviere ich. Die Favoriten sind quasi Audioschnipsel. Hier zum Beispiel meine Jingles. Ich spiele mal einen an. Die ich in einem Ordner auf meinem Rechner habe, die ich ganz oft brauche. Die kann ich in meinem Favoritenpanel machen und die habe ich dann bei jeder Hindenburg-Session. Immer wenn ich Hindenburg starte, habe ich die quasi so und brauche die nicht erst ewig importieren und so weiter. Das finde ich eine ganz sinnvolle Geschichte. Ja, das ist auch schon die Grundeinrichtung. So arbeite ich mit Hindenburg. Hier kann man natürlich dann immer noch die Größen anpassen, je nachdem, wie man es braucht. Wir werden den Favoritenpanel jetzt erstmal nicht brauchen, deswegen mache ich den mal ganz klein. Den Markerpanel brauchen wir auch nicht in der Größe, deswegen mache ich den auch mal ganz klein. Das ist so die erste Einrichtung. Kommen wir zur Programmoberfläche. Darüber habe ich schon gesprochen. Die Zwischenablage ist ein super Ort, um verschiedene O-Töne zu kategorisieren. Das bedeutet, mein Radiobeitrag oder mein Podcast besteht aus verschiedenen Sounds. Ich habe einmal eine Aufnahmespur, wo ich selber spreche. Ich habe eine Interviewpartnerin, die ich zu Wort kommen lassen möchte und ich habe Musik beispielsweise. Ich kann dann eben verschiedene Audios hier gruppieren. Ich kann hier zum Beispiel sagen, das soll meine Sprachaufnahme sein. Das soll meine Interview... Oh Gott, Hilfe. Interviewpartnerin sein. Und dann kann ich eben meine Clips dort rein kategorisieren, wie das funktioniert. Das zeige ich im Schnittgrundlagen-Tutorial, dem nächsten Video. Hier findet man die dann. Dann kann man die ganz einfach rein sortieren und wieder raus sortieren. Dieses Hauptfenster hier ist unser Schnittbereich. Da finden sich unsere Audiospuren und unsere Audio-Files. Das, was da drin liegt, ich kann das mal ganz kurz zeigen. Ich importiere einfach mal einen von meinen Jingles, die ich eigentlich auch da finde. Dort finden sich unsere Audiodateien. Die kann ich dann da hin und her schieben, kann die dort ablegen und mein Playhead, ihr seht, die Tasten, die ich drücke, ja immer unten. Das ist ganz gut. Der fährt dann eben da lang und je nachdem, wo das Audio ist, wird es dann auch abgespielt. In diesem Bereich nehmen wir die Spureinstellungen vor. Das hier dürftet ihr nur bei der Journalist Pro haben. Das ist nämlich die Steuerung für den Eingang. Da kann ich dann verschiedene Eingangsgeräte definieren. Da soll es aber dann nur in dem Podcast-Teil darum gehen. Hier kann ich eine Spur für die Aufnahme bereit machen. Das seht ihr auch gerade. Das ist meine Stimme, die da gerade erkannt wird, weil das Scarlett Solo-USB ja als Aufnahmegerät ausgewählt ist. Und wenn ich jetzt auf den Aufnahmeknopf drücken würde, spielt es natürlich nicht nur das ab, was hier unten ist, sondern nimmt auch meine Stimme auf. Aufnahmeknopf. Ups, drücken. Genau. Hier kann ich die Spur auch muten. Das heißt, alles, was auf dieser Spur ist, ist stumm geschaltet. Hier kann ich die Spur solo-en. Das heißt, es wird nur das abgespielt, was auf dieser Spur ist. Und hier kann ich dann noch verschiedene Effekte aktivieren, die ich dann im Einzelnen auch noch durchgehen werde, aber nicht in diesem Video. Hier unten haben wir die Sektion für unseren Transport sozusagen. Hier kann ich natürlich Play drücken. Hier kann ich meinen Stoppen. Hier kann ich zurückgehen. Hier kann ich nach vorne gehen. Hier kann ich vorspringen, zurückspringen. Hier kann ich die Geschwindigkeit auswählen, in der ich wiedergeben möchte, wenn die aktiviert ist. Das heißt, zweifache Geschwindigkeit. Und wenn ich das aktiviere, am Knopf, spielt es das in zweifacher Geschwindigkeit ab. Das ist was, was ich an Hindenburg sehr liebe. Man kann also in doppelter Geschwindigkeit arbeiten. Man kann, glaube ich, hochgehen bis zu dreifacher. Genau, da hört man dann kaum mehr was. Ich schneide eigentlich ganz gerne bei Vorradio in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Das erhöht den Speed und für Podcasts. Wenn ich lange Spuren habe, schneide ich gerne in doppelter Geschwindigkeit. Kann ich auch langsamer machen übrigens. Wenn ich das wieder rausnehme, ist es wieder ganz normale Geschwindigkeit. Ich würde euch, wie schon gesagt, gleich empfehlen, die Shortcuts zu verwenden. Für das Abspielen ist das, das habt ihr schon jetzt mehrfach gesehen. Und fürs Stoppen ist das die Space-Taste, die Leertaste. Und für das Aktivieren von schnellerer Geschwindigkeit ist das die Punkt-Taste auf eurer Tastatur. Fürs Hin- und Her-Manövrieren sind es die Pfeiltasten, jeweils rechts und links. Und fürs Hin- und Herspringen könnt ihr die Shift-Taste drücken und die Pfeiltasten verwenden. Dann springt ihr zwischen unterschiedlichen Clips auf einer Spur, die gerade aktiviert sind, hin und her. So, wie Spurenmanagement funktioniert, darum soll es auch in einem späteren Video-Tutorial gehen. Das ist hier, wie gesagt, nur ein ganz grober Überblick gewesen für die Übersicht. Uns fehlt jetzt eigentlich nur noch das hier. Hier wird unsere Lautstärke angezeigt. Der Lautstärke-Pegel, wenn es dann leiser ist, seht ihr es natürlich wesentlich leiser hier unten. Hier könnt ihr überwachen, wie laut es ist, ob es übersteuert. Wenn es übersteuert, dann werden diese Punkte hier rot angezeigt. Ich mache das mal ganz kurz ein bisschen zu laut. Da, au, das war ganz schmerzhaft. Aber ja, es ist übersteuert. Seht ihr auch übrigens ja hier. Und hier seht ihr verschiedene Infos zur Zeit. Wo befindet sich unser Playhead gerade? Wo ist unser Einmarker, wo ist unser Ein von dem Clip, der gerade aktiviert ist? Wo ist das Aus von dem Clip? Und wie lang ist unser Clip? 24 Sekunden. Und ihr seht, es ändert sich dann auch immer, wenn ich ihn verschiebe. Ja, für die Basic-Schnitte, wie das, was ich jetzt gerade gemacht habe, das brauche ich nämlich fürs Schneiden. Guckt ihr euch das nächste Tutorial an. So viel zum ersten groben Überblick über die Programmoberfläche von Hindenburg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Video dann geht es um die grundlegenden Schnittfunktionen des Programms. Schaut also gern wieder vorbei. Abonniert diesen Kanal für Benachrichtigungen. Und schaut auch gern auf einfachton.de vorbei. Da gibt es noch lesenswerte Blogartikel zum Thema Podcasten.